Was gefällt dir an der Forstbetrieb Hertha GmbH? Mir gefällt an der Forstbetrieb Hertha GmbH sehr gut, dass wir ein junges, dynamisches Team sind. Wir sind mehr oder weniger eine große Familie und es wird sich hier um jeden gekümmert, egal was man hat. Man kann immer zu den Chefs gehen oder zu den Mitarbeitern, es ist egal was ist, man wird einfach immer und überall unterstützt. Wie sieht denn so ein Tagesablauf bei der Forstbetrieb Hertha GmbH aus? Also ein Tag bei uns sieht so aus, wir treffen uns um 6.30 Uhr in der Firma, ein bisschen früher die meisten. Dann wird noch gemütlich eine Tasse Kaffee getrunken, das Tagesgeschehen wird besprochen. Dann fahren wir um 7 Uhr los zu den einzelnen Baustellen. Bei uns ist das jetzt hier Koblenz, Viertel vor 8 Uhr und genau, dann stehen unsere LKWs hier. Wir fahren meistens mit einem Golf oder mit einem Caddy hier hin. Dann organisieren wir als Vorarbeiter uns dann selber und haben unsere Aufträge auf dem Tablet und in Papierform meistens nochmal, falls irgendwas ausfallen sollte. Dann arbeiten wir unseren Arbeitsauftrag ab, so viel wie möglich, alles was geht. Dann fahren wir hier um 3 Uhr meistens von der Baustelle weg. Unsere LKWs stehen in Lahnstein und stellen die dann da ab, dass wir um Viertel nach 3 von da aus dann spätestens losfahren. Dann sind wir um Viertel vor 4 wieder in der Firma, dann vielleicht noch Sägenschaf machen, wenn was stumm gegangen ist. Jeder kann sich nochmal Kaffee holen oder Kakao oder was auch immer. Das eine oder andere Bier steht vielleicht auch kalt im Kühlschrank oder Limo. Das ist, denke ich, für jeden was dabei. Und dann um 4, kurz vor 4 kann jeder gehen oder auch bleiben. Das kann auch mal bis 6 werden, wenn es ein geselliger Abend ist. Und dann treffen wir uns am nächsten Morgen wieder um 6.30 Uhr. Welche beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es bei der Forstbetrieb Hertha GmbH? Also wir haben hier vom LKW-Führerschein über den ETW-Jupin-Jubbeck zum Kletterschein mit und ohne Motorsäge und den Fachagrarwirt alles. Und es wird alles zu 100 Prozent unterstützt. Untertitelung des ZDF, 2020